Genau, ich habe in meinem Schildchen 39 Level drin. Könnt ihr mal wieder was verzaubern. Achso, und Mending kriegst du nicht über den Enchantment Table. Echt? Ne, kriegst du nur als Buch, ich habe das nochmal in der Wiki von Minecraft nachgelesen, das kriegst du nur als Buch vom Villager oder in Dungeons halt. Hier die Schiffe und sowas. Ne, das müssen sie dann wirklich geändert haben. Ja, entweder durch Schiffe, durch Angeln oder... Na hier... Villager... Holy... Ja, dann... Ich will kein... Ach, das will ich nicht. Im Pauling nehme ich Efficiency 1. Können wir schlafen? Protection 3, Blast Protection 4, Sharpness 3, Sharpness 1, Protection 2, Power 1, Piercing 2, Sharpness Feather Falling 2, Feather Falling 2, Power 2, Band of Anthropos brauche ich nicht, Lockback, schon wieder Band of Anthropos, Aqua Affinity habe ich glaube schon, schon wieder Sharpness 1. Und... Ja gut, mein Inventar läuft überall voll verzauberten Bücher an. Sauberst du immer auf niedrigste Stufe? Ne, ne, ich habe auch auf Stufe 3 schon verzaubert. Ähm... Ich muss gerade mal gucken, haben wir schon irgendwo... Hier haben wir Piercing... Piercing 4 ist da unten drin. Daaa... Ich muss halt gucken, also Protection 3, Blast Protection 4 behalte ich... Hier gut, den... Sharpness hatten wir doch auch irgendwo... Ja, unter zur Kiste doch. Habe ich gerade gesehen. Ne, hier ist kein Sharpness drin. Protection 1, Changeling und Pauling, Piercing, Knockback, Power. Okay... Man müsste wirklich mal noch das machen hier, ähm... In... Sharpness haben wir doch einen Babager. Ja, ich habe es gerade als Buch bekommen. Ähm... Ein Sharpness Table. Wir müssten hier noch mehr Schilder ranmachen, das wirklich für Waffen, Werkzeuge, Rüstungsteile und halt die ekelhaften Flüche. Sharpness... Bann of Anthropos kann da rein. Knockback kann hier rein. Äh... Knockback 2, Sharpness 3 kann auch da rein. Sharpness 1... Acker Affinity behalte ich. Bann of Anthropos... Was ist das denn? Quick Charge? Blast Protection... Blast Protection... Äh... Das ist den... Bogenschnapp Charge. An den... Crossbow. Protection 2... Also... Wenn mal jemand Langeweile hat, der kann sich hier gerne mal hinsetzen und die Bücher irgendwie... sortieren und Schilder nochmal an die Kisten ranmachen. Kann ich gleich machen. Ich hab da jetzt noch ein ganzes Stück voll Dings reingehauen. Bücher! So... Aber das Feather Falling 2, das hau ich mir doch gleich mal drauf, wenn die XP reichen. Äh... Feather Falling 3, genau. Nein. Reicht nicht. Äh... Krieg Charge ist für Armbrust, oder? Genau. Piercing, Appalling, Challenging ist auch alles für Armbrust. Nein. Ne... Ne, das... Changeling ist für... Trident. Changeling und ein Paralling ist für Trident, aber äh... Piercing ist für Armbrust. Äh... Protection 3... Power... Ich hab Power 1 hier drauf. Dann machen wir Power 2 draus und jetzt kann ich sogar noch Power... Nein! Mist! Also für welches Rüstungteil ist in Parling, ich sortiere gerade mal ein bisschen. Im Parling, äh Trident. Versus Trident. Achso ähm... Stapel. Dreidsack. Dreidsack, okay. Äh... Und äh... Chain... äh... Channeling auch. Genau. Aqua Affinity... Fire Blast Projektil. Kann ich die Bücher wieder weg machen? Feather Falling da drauf. Blast Protection 4... Protection 3... Das brauche ich alles eigentlich nicht mehr. Äh... Die... 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 Scheiße. Ich brauche XP. Der Ike braucht XP... Der Ike brauch XP... Ja! Nicht nur du, oh, ja gut, das hätte man vorher mal beachten können. Oh, ich bin echt so dumm im Kopf manchmal. Projektieren, projektieren. Ich hab doch hier noch was, wo ich mir die Verzauberung runterhauen kann. Weißt du, das wird eigentlich schon freigeschaltet? Nein, noch nicht. Es wird heute freigeschaltet, oder nicht? Keine Ahnung. Überlege ich mir noch. Letztes Mal meintest du, das wird beim nächsten Mal freigeschaltet. Der Tag ist noch lang. Ich sag nur so, CO2, du kennst Ike lang genug. Wer danach fragt, der wartet umso länger. Ey, weil dann wüsste ich, wo ich mein Souls dann auch einen Notfall herbekomme. Der Tag ist noch lang genug. Boah, ich bin zu dunkel. Äh, nein danke. Das muss ich erst mal alles raus. Das. Woher Schilder wurde. Äh. So. Das dahin, das dahin, das dahin, das dahin, das dahin, der Punkt dahin. Schilder mal hier. Das ist gut. Äh. Türen erstmal da rein. Das erstmal alles hier rein. Das hier rein. Das da. Oh wow, ich seh das jetzt erst. Äh. Ich hab mir ne Schere gecraftet. Ich hab die ganze Zeit eine im Inventar. Ja. Ja. Er geht. Ja. Kann man mal machen, würde ich sagen. So, 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 so. Wo? Das, 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 das. Dann muss ich mir überlegen, wie ich jetzt, äh. Aber er werde schon unter Tage gehen müssen. Geht nicht anders. Wie du Lazzle bekommst, oder was? Hm. Geht auf den Village. Gibt erstaunlich viele Lazzle. Sachen im und um den See bitte nicht abbauen. So, perfekt. Sachen im und um den See bitte nicht abbauen. Sachen im und um den See bitte nicht. Also. Sachen im und um den See bitte nicht abbauen. Das ist eine Sache. Ah, ich kann Discollect... Können wir uns hinlegen? Kriege! See ist markiert, Schilder stehen drum, reingepinkelt habe ich auch, mein See. Allein reingepinkelt habe ich auch. Das ist so typisch Ike. Ja, aber du musst dich seine Sachen doch markieren. Ja, aber doch nicht so, das macht normalerweise wer anders. Darkus, das stimmt. Es gibt mich nicht im Plural. Das braucht ein richtiges Haus. Das braucht 8 Level. Oh Mann. Ja. Aber es kann auch nicht wirklich ausreinen, weil es nicht ein schadmäßiges Haus ist. Aqua Affinity war doch, dass man mehr Atmen hat, oder? Ja, das ist Respiration. Achso. Nicht mehr Atmen. Achso. 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 Danke. Auch wenn es nicht unbedingt sehr viel hilft. Ike hilft mir gerade. Wie könnte es sein, dass deine Schaufel dabei kaputt geht, Ike? Ich mache nur bis zu der einen Ebene. Weiter gehe ich nicht runter. Okay. Und selbst wenn sie kaputt geht, juckt mich nicht. Nein. Achso. Achso. Ich finde, sie brauche dich auch. Welche Stufen gibt es da eigentlich? Aber hier. Ich will nicht so sein. Das schenke ich dir. Danke. Da sie eh bald kaputt ist. Das, 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 das. So genau. Ähm. Ike, wenn du das nächste Mal verzauberst, schau dir mal die Schilder an, ob das so passt von der Alter an. Jo, mache ich. Ich werde mich jetzt aber erstmal ins Villagerdorf begeben und mir noch ein paar XP holen. Jupp. Äh. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Äh. Ich habe die, äh, meine Kiste jetzt auch erstmal ausgeleert, also falls du davon noch was brauchst, sah mir jetzt nicht wichtig aus erstmal. Willst du die Schaufel wiederhaben, wenn sie es überlebt hat? Nö. Ich verzauber mir einfach eine neue. Ja. 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 Ich krieg dich noch ein, ich krieg dich noch, ich sitz wieder drin. Bist du aus Versehen ausgestiegen. Ja, aber ich mein Inventar sortiert hab. Äh, wenn du das Schiff drückst, wenn du das unten von der Hotbar ins große Inventar reinhaust. Passiert halt. Ja. Ja das길ugapo, dass der Cloud hier mal was macht. Ja doch. Ja, wenn ich hier ist so eins ich will. Warum pümmelt hier unten ein Hühnchen rum? Das haben die auch schon gefragt. Ach, hinter der Glasscheibe das? Ne, das ist davor. Dann keine Ahnung, also hinter der Glasscheibe hat die auch mal eins gesehen. Das Problem ist, wenn das auf die Schiene kommt, wir fahren dann automatisch zurück. Ja gut, sonst kill es, wenn es dich störe. Da ist es mitten auf der Fahrbahn, denkst du, da springe ich raus? Ja. Nein. Sonst lass es einfach. Denjenigen, den es dann anhält, wer kann das dann tun? Und CO2, was machst du da eigentlich? Mein Haus ausheben. Willst du jetzt ernsthaft bis zum Wetter runter, oder? Das habe ich nie gesagt und auch nie angefangen zu bauen. Ja, doch, weil ich die von... Arsch, das war doch. Der ist gesperrt. Der ist gesperrt. Ich gesperrt. Du bist ja auch nie. Da hab ich's mir hingelegt. 4 für 1, das ist gesperrt. 4 für 5 für 6. So, das ist alles gesperrt hier. Ich hab das richtig abgemessen. 4 für 6. 5 für 4 für 6. 4 für 5, das ist richtig. Der ist jetzt... Ah, das kostet mich jetzt alles weniger. Ja, der eine Farmer ist komplett dicht. Also keine Kartoffeln, keine Melonen. Ja, du bist auch noch zu. Okay, dann warte ich mal eine Weile. Ja. 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 Ja.